Hallo, willkommen zurück bei Pandido und dem letzten Teil von Emma auf dem Reiterhof. Nachdem Emmas Pferd beim Training gestürzt ist, konnte sie beim Tierarzt versorgt werden. Als Belohnung geht es nun zu einem kleinen Ausflug raus in die Natur. So, eine schöne Landschaft. Ich freue mich so, dass es Rainbow wieder besser geht. Dann suche ich uns doch mal ein schönes Plätzchen zum Ausruhen. Uh, schau mal dort drüben, Rainbow, da sind Camper und zwei Pferde. Das sieht aber hübsch aus. Da fahren wir hin. Hey Leute, das ist aber ein toller Zufall, dass wir hier auf Menschen und Pferde treffen. Hallo, grüß dich. Ich bin Susi und das ist mein Pferd Sunshine. Und ich bin Steffi und das hier ist Easter Egg. Freut uns, wie heißt ihr denn? Hi, freut mich, ich bin Emma. Und das hier? Ist mein Pferd Rainbow. Wir kommen gerade vom Tierarzt und wollten jetzt einen kleinen Ausflug ins Grüne machen. Ja, und da sind wir an eurem Campingplatz vorbeigekommen. Das ist ja toll, lass uns doch zusammen reiten. Hm, meinst du, du kannst schon wieder reiten? Geht's dir besser? Alles klar, Mädels, dann mal los. Gesagt, getan, steigen die drei auf ihre Pferde und reiten vergnügt durch die Gegend. Los geht's! Alles klar, ich bin bereit. Ach, so schön hier. Hey, wie wär's? Wollen wir ein kleines Springturnier machen? Na klar, ich bin dabei. Immer? Ich weiß nicht, ob Rainbow schon wieder fit dafür ist. Rainbow, meinst du, du bist wieder bereit? Hast du Angst, meine Süße? Alles klar, bin dabei Oh, das war super Gut gemacht, mein Pferd Na los, wir können das, wie früher Ihr schafft das Ihr macht es mit links Und los geht's Geschafft, ich bin so glücklich Danke, Rainbow, ich wusste, du kannst es Ich hab dich so lieb Das war toll Ende gut, alles gut Emma und Rainbow sind wieder ein glückliches Reitteam Das war also die Geschichte von Emma auf dem Reiterhof Wir hoffen, euch hat die Geschichte gut gefallen Wenn euch das Video gefallen hat Oder ihr Vorschläge für neue Geschichten habt Dann kommentiert das Video einfach Wir antworten euch dann, so schnell es geht Zeigt euren Freunden, dass euch unser Kanal gefällt Und gebt uns einen Daumen hoch Bis bald, euer Pandido-Kanal